so lieben minecraft freunde willkommen zurück bei let's play in phoenix ja ich hoffe das läuft flüssig ich wende nämlich gerade schon den ersten part nebenbei wie gesagt immer noch in der vorproduktion und wir haben jetzt eine gun gekriegt noch eine social shotgun tun wir auch mal hier rein geben wir mal das fleisch das tun wir in den ofen so können wir nämlich schon mal was essen dann holen wir gleich wasser und setzen unsere farben im gange so jetzt wagen wir auch wieder und es wird nacht und ich habe nur ein wolle genommen ich bin so blöd hat wasser wir machen schon mal die farm so ein bisschen kündigt gerade schon die frames gegen ein bisschen keller geht aber noch jetzt aber nicht so aber ich wir sind wie gesagt halt diesel in der vorproduktion deshalb verarschen oder dahin so machen wir nicht so arbeiten wo ich so viel nicht so viel bewegen muss dann wird das wohl mit den legs auch irgendwie gehen hoch allah wieder ein dahin ich mach das mal gerade ähm option wir können ja einfach mal partikel das krisen minima options erstmal die länge mit umstellen auf deutsch das finde ich mir aber in diesem menü nicht zurecht wird es mal gerade ein bisschen grafisch nicht so hoch haben jetzt weiß ich gleich wie das überhaupt hoch steht ich hab da noch nicht reingeguckt und jetzt leckt das ein bisschen oder hängt oder wie auch immer sehr gut ganz geschafft ähm option und jetzt sieht das alles hier auf wesentlich das hat irgendwie nichts gebracht im gegenteil grafikeinstellung schön schnell schön ist super klein normal ok jetzt müsste es ein bisschen wie gesagt es ist ein bisschen kacke wenn man nebenbei wenn das geht jetzt nicht anders wenn dann halt ist halt immer so eine weniger tolle aufgabe die sticks und ein ding ist ein bisschen steil ich weiß auch gar nicht kann man sich ein bigs wort machen wie ich mir das nämlich eher machen anstatt ein stinknormales schwer so so Boah, Jo, jetzt sind wir wieder in den Keller, die Frames. So, gut, die Farm ist soweit fertig, dann haben wir noch ein bisschen Fleisch, genau, ich wollte gucken, ähm, Big, ne Big Squad gibt es Schwamm, ach ne, das heißt jetzt, ich hab auch, das ist nämlich der Nachteil, wenn man nicht auf Englisch spielt, ich stell jetzt mal gerade wieder um, English UK, jetzt hängt es wieder, ja, wir stellen in dieser Folge nur die Sprachen um, so auch mal die schlechten, ne, ist doch auch echt mal, ganz toll, so, und jetzt noch mal gucken, ob es jetzt einen Big Squad gibt, Big, ne, gibt es trotzdem nicht, okay, alles klar, ähm, so, aber es gibt richtig geile Schwerte, Quacksilber, 7, das ist ja so gut wie ein Schwert, wie mach ich das, eigentlich konnte man das doch nachgucken, ach so, hier geht's, das ist auch cool, Ingrund, okay, das müssen wir alles richtig kompliziert, Diamond Sword, aber es, ach ne, das ist ein stinknormales Diamantschwert, okay, dann würde ich aber dazu tendieren, ich erst mal ne Eisenspitze zu machen, alles andere wär dumm, so, und vielleicht ganz schnell ein Schaf holen, in der Hoffnung, dass der Kollege uns ja nicht tötet, alter, what the fuck, okay, also die, äh, Menschen hier sind nicht so freundlich, ah, jetzt haben wir, die wollen nicht auf, doch haben wir, aber das ist immer noch eine zu wenig, guck mal, das war auch die Namen, der kann ja wohl nicht die Tür aufmachen, oder? Shit, alter, wie derbes, gut sind die denn bitte, na, scheiße, jetzt hab ich Main, Menü gedrückt, sehr gut, wie derbe gut sind die denn bitte, ich hab den ja nicht mal gehittet, richtig, und jetzt hat der meine, oh ne, Leute, verdammte Scheiße, würde ich sagen, jetzt ist der in unserem Haus, ah, das sind diese ganzen Guns, die die haben, ne, wir spawnen, ist jetzt kaputt, hallo, jetzt fallen wir grad aus der Welt raus, sehr gut, äh, Last Death, da sind wir gestorben, in unserem Baum, da steht noch so ein Shit, ah, Mann, ne, okay, die sind aber wirklich derbest OP, sag ich jetzt einfach mal, also die sind nicht schlecht, equipped, da steht noch so einer, und die sind verdammt schnell, muss ich sagen, rennen, aua, bitte lasst ihn nicht mehr in meinem Haus sein, bitte lass ihn einfach rausgegangen sein, keinen Bock jetzt nochmal auf ihn einzukloppen, will ich nämlich wieder sterben, so unsere Sachen sind einfach in diesem Stein gesaved, der ist ja wohl nicht hier runtergelaufen, oder, ne, also waren die da unten, das ist ja auch so richtig dämlige Scheißviecher, den Namen, den ich da gesehen hab, oh ne, ey, Leute, das ist richtig kacke Scheiße, unsere Sachen sind hier drin gesaved, oh, mein Kopf, so, wir haben noch ein Wolle zu wenig, oh, ja, schick, oh, geil, der hat sogar unseren Skin, Mann, du, der sieht uns ja ähnlich, ähm, ja, ja, ich sehe auf der Karte jetzt nicht so ein Vieh, ich versuche das jetzt einfach nochmal, oha, die sehen auch nicht so gut aus, wo ist ein Schaf, da hinten stehen ganz viele, ähm, guten Tag Schaf, tut mir leid, du musst sterben, ich möchte mir nur ein Bett machen, oha, können jetzt sowieso nicht pennen, weil die da, ähm, das Gesellschaft leisten wollen, aber egal, wir haben wenigstens ein Bett, ne, das war dieses komische, ne, Planks gehen doch, so, äh, so, 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 und so, ok, 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 oh, wir können uns sogar schlafen legen, nein, Idiot, dann machen wir erstmal Tag, bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt rauskommen, oder verbrennen die Zombies jetzt, die verbrennen ja nicht mal, so verbrennt ihr denn nicht, ok, ihr seid jetzt im Wasser, aber, mein Max-Maus-Kling ist jetzt nicht zu laut hier, so, da ist der erste down, der zweite down, du auch down, äh, du da oben, ne, du bleibst da, ne, natürlich nicht, shit, Skilett, ey, sterben, man, boah, was da tiefe Monsterbäume überall sind, ok, diese komischen, äh, Schießviecher da, mit denen wollte ich eigentlich nix am Hut haben, ich wollte eigentlich nur unsere Farm hier jetzt machen, unsere Essensfarm müsste ich auch mal machen, könnte ich mal was anpflanzen, so, rein hier, ähm, Seeds, wir haben vier Seeds, ich habe jetzt keine Lust mehr zu sammeln, so, jetzt bauen wir Zäune, ich weiß nicht mehr genau, wie Zäune gehen, ich glaube mit Sticks, ich habe so lange keine Zäune mehr gemacht, ach, das war wieder dieses unverarbeitete, ne, so, gerade gucken, ob es Lustigs waren, bin ich ganz sicher, ich meine, es war so, äh, genau, genau so war das, ok, wir haben acht Zäune, ich glaube, das reicht nicht ganz, so, ok, 14 Zäune und ein Tor ging so, 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 so und so und so und so, ok, ja, da sind unsere Zäune auch schon weg, hier kommt das Soundtor noch hin, brauchen wir noch ein paar, ähm, boah, diese Lecks, ne, die sind echt nervig, ich weiß, tun mir auch leid, aber, lässt sich grad nicht ändern, so, vier müssten reichen, perfekt, hier holen wir noch ein paar Seeds, wir sind da jetzt nur so komische Seeds, boah, wir haben ein ganzes Seeds hier rausgekriegt, so, das lohnt sich ja richtig, wir könnten uns auch, wenn wir ein bisschen Bambus hätten, könnten wir uns Kürbisküten machen, ne, und Eier brauchen wir, das ist glaube ich auch eine ganz gute Nahrungsquelle, weil Kühe, ich war traurig mal auf Kühe, so, wir haben schon zwei, drei, ah, jetzt geht's jetzt voran, ich weiß gar nicht, hier gibt's bestimmt auch Dungeons, würde mich wundern, wenn es nicht welche gäbe, werden wir uns natürlich noch angucken, aber vorher erstmal ein bisschen angucken, so, Schweine lockt man, ne, das waren Hühner, die man mit Samen lockt, Schweine lockt man mit Karotten, das war das ja, oh, hochala, Sextizi pflanzen wir grad noch an in dieser Folge, so, die sind noch nicht gewachsen, okay, das war's dann auch für diese Folge, wenn's euch gefallen hat, trotz der Lags, drückt doch bitte den Daumen nach oben, und dann bis zum nächsten Mal, und tschau tschau.